Daimler in 2SC, Rivian, Lucid oder Auftragsbestätigung für Lieferpläne. Sie als Automobilzulieferer wissen, wie anspruchsvoll die Umsetzung und die Einhaltung unterschiedlicher Vorgaben Ihrer OEMs sind. In den kommenden zwei Minuten zeige ich Ihnen, wie es einfacher, kostengünstiger und sicherer gelingt. Nahezu jeder OEM hat individuelle Prozessanforderungen. Dazu zählen spezifische Label und Lieferpapiere, Verpackungsanforderungen und genaue Vorgaben zur ASN. Sie müssen all diese Vorgaben erfüllen. Beim allerersten OEM gelingt Ihnen das eventuell noch durch schnelle, auf das aktuelle Thema zugeschnittene Anpassungen in Ihren Systemen, sogenannte Individualentwicklungen. Doch bei der Anbindung des nächsten OEMs sorgen genau diese Modifikationen für enorme Probleme. Denn immer neue Regeln, Formulare und Programmierungen werden irgendwie in die ursprüngliche Lösung mit aufgenommen, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. So entstehen kaum noch beherrschbare Lösungen, deren Betrieb immer teurer, aufwendiger und fehleranfälliger werden. Und werden weitere Anpassungen an neue Anforderungen nötig, können diese nur noch wenige Entwickler umsetzen. Wenn überhaupt. Das hat Konsequenzen. Im schlimmsten Fall können Sie nicht wie vereinbart liefern. Dann drohen Ihnen hohe Vertragsstrafen, ein schlechtes Rating bei Ihrem Kunden und im Worst Case beendet der OEM die Zusammenarbeit. Ich zeige Ihnen heute, dass es auch anders geht. Mein Name ist Wolfgang Salinger und ich leite die Geschäftsbereiche SAP und Digital Supply Chain bei WSW Software. Seit mehr als 30 Jahren entwickeln und optimieren wir SAP Add-ons, die die unternehmenskritischen Prozesse unserer Kunden ideal unterstützen. Statt den SAP Standard zu modifizieren und sich in Individualentwicklungen zu verstricken, setzen unsere Kunden auf unsere Produkte, Speedy und Unique. Damit minimieren Sie Ausfallrisiken erheblich, während Sie gleichzeitig die Effizienz Ihrer Prozesse steigern. Speedy und Unique sind etablierte und standardisierte SAP-basierte Add-ons, mit denen Sie Ihr System um die benötigten Funktionen erweitern, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. So erfüllen Sie dauerhaft alle OEM-Vorgaben, vermeiden System- und letztlich Lieferausfälle und sparen sich die damit verbundenen Strafzahlungen. Mit Speedy und Unique ist es egal, ob Sie noch auf SAP ECC oder bereits auf SAP S4HANA setzen oder in naher Zukunft migrieren wollen. Dank Baukastenprinzip ist das Vorgehen denkbar einfach. Wir wählen mit Ihnen die passenden Lösungen aus und richten diese auf Ihrem System ein und schon sind Sie startklar. Ändern sich die Anforderungen eines OEMs, arbeiten wir die Änderungen in Speedy und Unique ein und stellen Ihnen diese durch kontinuierliche Updates bereit. Auch neue OEMs binden Sie genauso bequem und schnell an. Wenn Sie manuelle Aufwände in Ihrem Unternehmen reduzieren möchten, wenn Sie Ausfallrisiken minimieren und die Effizienz Ihrer Prozesse steigern wollen, wenn Sie Ihre Lieferzuverlässigkeit erhöhen und Ihre Verhandlungsposition gegenüber Ihren OEMs steigern möchten, dann vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin. Wir zeigen Ihnen, wie Sie herausfordernde Anforderungen Ihrer OEMs in Wettbewerbsvorteile für Ihr Unternehmen verwandeln. Ich freue mich auf unser Wettbewerbsvorteile kennenlernen. WSB Software – simple, better, down. www.wettbewerbsvorteile.com 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 www.wettbewerbsvorteile.com